Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal nicht Roblox, sondern ein anderes Spiel. Und zwar das Spiel heisst Traffic Tour. Und ja, wir gehen jetzt mal hinein und ich wünsche euch viel Spass mit dem Video. So, da kommt eben eine Website. Kann man das irgendwie weg tun? Hallo, geht das irgendwie weg? Ja, jetzt geht's. Da kann man Autos suchen. Cool. Kann ich... Nächste. Drücken wir auf Nächste. Und das Spiel. Und auf Nächste. Äh, Karriere. Nächste. Keine Ahnung. Okay. Darauf anscheinend... Ich drücke einfach auf... Spiel. Ich sage es mal nicht. Alter, war das verdammt laut. Ich mach das Internet aus, ey. Keine Lust auf diese nervigen Werbungen. Wollen wir jetzt noch lauter machen. Ja, warte. Wie lenkt man überhaupt? Hey, nein, nein, nein. Komm, warte einen Moment. Nein, nein, nein. Du hast ein Lenkrad. Da, das brauche ich. Gas automatisch manuell. Okay, los geht's. Ist das das Lenken? Kann in die Innenperspektive... Ja, ich drücke ja schon aufs Gas. Was? Siehst du das? Kann ich irgendwie ausweichen? Alter. Da kann ich mal bremsen. Ah, kann ich weiterfahren? Ah, cool. Da ist schon vorbei. Ah, da kann ich Lichtrufe machen. Also, ich höre gerade vom Spießound nichts, weil... Wenn ich den Spießound nicht anhabe... Also, wenn ich den Spießound anhabe, dann hört man mich überhaupt nicht mehr in den Videos. Wie soll ich denn da bitte doch? Also, wenn ich mehr davon... Ah, nein. Wunsch ich an... Nee, danke. Ähm, das stand... Was wollte ich gerade sagen? Ähm, okay. Ich mach einfach die nächste Runde. Wenn ihr mehr davon wollt, oder mehr Roblox wollt, sagt es mir bitte. Ich mach mal verschiedene Videos zwischen zur Abwechslung. Frag mich, ob man so einen freien Modus machen kann. Ähm, ich schau mal. Ups. Äh, Rennen, Straßen, Tegel, Straßengeber, Straßen, aber... Was ist denn das überhaupt? Endlos. Ja, perfekt. Ähm, wir nehmen Schneebedeckt. Und ja. Na, doch. Na, wir nehmen Autobahn. Endlos ist was cooleres. Ich geb' euch doch was. Du wirst... Was stand da? Hab das nicht lösen können. Ähm, ähm, beim endlosen Modus Bekommst du neu Baupläne und alles mit der Kindheit und blablabla, okay. Also, damit kann man das Auto freischalten. Warte, da war doch... Boah. Kann ich einfach so in die Lichtgruppe gehen? Nee. Ja, schon, aber bringt sich halt nichts. Ah, doch, der Bus zieht rüber. Ich geb' mal Vollstoff. Nein, ich hab' das eine, glaub' ich, bekommen. Zieh doch rüber. Oh mein Gott. Irgendwann ist so gecrashed. Nein, 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 nein. Alter, jetzt hab' ich bestimmt Geld. Jetzt auch egal. Ja, genau. Ich muss rechts. Geh' doch von der Spur weg. Gib' mal Gas. Ich muss ein bisschen Lichtgruppe geben. Was ist hier rüber? Wenn jemand hier bitte rüber... Was hab' ich gerade gesagt? Das ist verdammt, wie schnell... Boah, Alter. Warte doch auf Seite. Jetzt mach' mal mehr Lichtgruppe. Danke, danke. Oh mein Gott. Ich bin da... Dingsbischen zu spüren. Egal, nein. 1300 haben wir bekommen. Wir gehen mal zum Haus. Ähm, holen sich... Nein, danke. Ich will keine Kostnose. Ich will mit ihr arbeiten. Ähm, kann ich irgendwo auch... Ah ja, hier. Anfangen. Kaufen. Wie viel hab' ich? Kann ich mir einfach machen? Ich hab' 4000. Wie könnte man denn eigentlich? Easy holen. BMW. Lambo. Lambo. Alter. Wie viel wollt' ich noch wieder bitte noch kommen? Hat man unendlich Geld am Anfang, oder was ist das? Boah, das sieht groß. Das ist echt Geld. Brauch' man nicht. Ich glaub' ich kauf' mit einem BMW, den da. Kaufen. Spielen. Cool. Darf' ich nimm' das. Ähm, Straßenbau. Nächste. Endlos. Diesmal noch Schnee bedeckt. Was ist das? Keine Ahnung. Spiel. Geht das nicht? Ach so, ich hab' das nicht mehr freigeschalten. Deswegen. Schau' wir mal, wie lange es schon geht. Ja, wir haben noch genug. Wenn euch das Spiel gefällt, schreib's mir gerne in die Kommentare, dann machen wir mehr davon. Boah, sieht der BMW cool aus. Du bekommst für jeden? Ja, cool, danke. Der geht ab. Die Lichthupe sieht auch nicht schlecht aus. Ich wollte einfach denken. Oh mein Gott. Hä? Ich hab's doch nicht mal gerührt. 10 Gold, ja okay. Ich hab eh voll viel. Ah, ich dachte, ich kann nicht mehr machen. Was? Ach, wie schlecht bin ich? Das ist geil. 12 Gold, ja okay. Ich kann das einfach. Ich kann eh echtes Geld. Kann man nicht eigentlich einfach auch die ganze Zeit. Und ich fahre dann weg. Oh, ich bin langweilig. Bisschen den anderen Angst machen. Ich will so witziger, wenn ich jetzt darüber sind will. Was tut der eine? Alter. Bisschen die Gruppe geben. Der Bus muss eigentlich rüberziehen. So rüberziehen habe ich auch nicht gemeint, Alter. Das ist ein anderes Checkpoint. Ich fahre einfach auf die Mittelspur. Ich glaub einer, ich glaub Kevin, ein Zuschauer von mir, mag gerne BMW. Also BMW ist kein schlechter Wagen. Einfach voll cooler als Auto. Geh jetzt mal rechts. Links. Nein, Alter. Ich bin so weit. Nein, nein, nein. 14 Gold. Da oben rechts seht ihr mein Geld. Geld ist Gold. Und davon habe ich genug. Wenn ich jetzt nochmal verliere, Alter. Wie soll ich denn da bitte durchkommen? Oder war das möglich? Nein. Achso, ja. Lichtruppe geben. Ich wollte rechts fahren. Ah ja, man kann hier bremsen. Ja, mach halt den Warmblicker an. Ich brems einfach mal. Ist schon wieder mit Warmblicker unterwegs. Eigentlich ist es voll gefährlich so zu fahren, aber... Wir sind der Ausnahme. Wir dürfen das. Kann man doch auch nur das ganze Licht gedrückt halten? Ja, aber bringt sich halt nichts. Hä? Mein Gott, ich bin so schlecht in dem Spiel. So, ich fahr jetzt mal da rechts. Am besten ist es, wenn man das ganze Lenkrad festhaltet. Dann kann man überall wirklich durchkommen. Das ist so schwer, um mit dem Lenkrad zu halten. Ich sag nie wieder was. Verdientes Geld. Okay, cool. Ich glaub, dass die Dings ist auch schon... Ja, ist schon fast vorbei. Dann wir schauen, schauen wir mal, ob man noch uns ein Auto leisten können. Irgendwie, wenn. Irgendeinem Kurs... Ähm... Irgendwie einfach ein Auto kaufen und... Ein Kultflacht. Nein, das sieht hässlich aus. Nein... Oh, der Porsche ist schön. Schauen wir mal. Nee, 4 Dollar. Äh, Euro. Ich sag immer Dollar, Alter. Egal, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.